Wir haben mehr als vier gefehlt glaube ich. Vielleicht müssen wir es nochmal schließen jetzt. Das sind die Mitte, man. Ich kann es mal probieren. Ich will ihn so lange spielen, bis der Hane alles voll ist, Mensch. Ja. Komm jetzt gut zu mir. Ja manche, manche Rätsel sind schon Geduld groben, finde ich. Jep. Und der ist auch nicht unbedingt klein, muss ich sagen. Geduldig, erzähl nicht unbedingt mein zweiter Vorname. Geduldig, erzähl nicht unbedingt mein zweiter Vorname. Geduld. Diese Lösungen können uns zu deinen Problemen führen. Können wir dann Probleme halten, genau. Ja. Ich gebe dir. Ja genau. Ich weiß was er meint. Können wir da durchlaufen? Ne. Ich denke genau das meint er. Vielleicht ist das auch bei unserem... Weg. Nein. Manchmal WTF ist das Problem. Ja WTF, genau. Aber warum geht das jetzt in der einen... Achso, weil es halt ein anderes Kraftfeld ist in der einen Ebene. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Ein Klotz. Das ist halt jetzt halt wie in Minecraft so ein Shift, gell? Jep. Genau das gleiche habe ich mir auch gerade dacht. Aber was sei es, das muss auch so gehen. Wir sind zu Minecraft belastet. Ein wenig. Ich meine, wenn alle verbunden sind und es wird nicht reichen, dann kannst du ja die Schlange vorwärts bewegen. Ja. Aber ich glaube das reicht, oder? Nein, das reicht nicht. Das ist ja so die letzte Buchstabe. Ja, aber das sind noch Punkte. Ja, drei. Wow. Danke. Aber die Schlange ist ja so lang, das heißt ich kann theoretisch darauf stehen bleiben. Hoffe ich. Ja, so wie meine, gell? Mhm. 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 Du darfst nur nicht aus dem Kraftfeld raus bewegen jetzt. Wie Mensch. Ja, die Schlange nach unten meine ich. So, ja. Ja, mal lieber nicht raus. Jetzt wenn du runterfährst. Ja. Okay. Sometimes you need to be carried. Manchmal. Ja, das geht aber schnell mit den Stockwerken. Schlange. Manchmal muss ich mitgenommen werden, ja. Jetzt soll man kapiert haben wie es funktioniert. Oh. Jetzt gibt das eine rote Kanone. Oh. 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 Okay. Danke. Danke. Schlange. Ich glaub du musst wieder Würfel bilden. Ja. So, das acht Stück erreicht das. Ja. Ja. Ich kriege ja alles nicht voll. Wie groß wird euch der Böbel noch? Hehehe. Ich glaub ich gar nicht mehr größer, sehe ich das richtig. Okay. So, das geht jetzt mal wieder zum tollen Abwärtskratzen. Wie soll die Schmerzen denn wieder gehen? Wie soll es denn mit dem Zulieb? Bitte schön. Wie soll es denn mit dem Zulieb? Ich kenne den Trick gar nicht mehr equation. Gute Frage. Ja, ich weiß nicht. Aber es hat sich noch mit den Zulieb. Als die Zulieb. Wieso? Das sind sehr wenige. Könnt doch. Ja, aber jetzt nicht mehr weiter. Ach so, sehr schön. Das sehe ich aus als Kind. Ja, wie könnte das auch schon funktionieren? Ah, ich glaube ich weiss es. Ja. Nein. Also bis dahin funktioniert es aber ganz rum nicht. Ja. Probier doch mal einfach einen Stein ganz unten zu setzen. Ja. Und den Einsen rüber zu schieben, geht das vielleicht? Ja. Hm. Kann man auch gleich zur oberen rechten Ecke dann schieben, wenn du links unten platzierst. Ja, das geht. Ja dann. Ja, aber nach rechts unten halten kannst du es probieren. Probier mal immer wieder einen neuen hin zu hängen. Ja, kann ich. Ich habe schon die ganze Schlange bis da oben drin gehabt. Aber was hilft mir das jetzt? Ja. Kann man da nicht weiter? Ja. Kann man sich nicht weiter ziehen? Ich frage mich aber nicht wieso. Ja. 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 Wenn du den links unten markierst dann. Den markierst du. Achso, hast du jetzt alle wieder raus oder was? Nein, das nicht. Und immer einen Block weiter fährst. Mit der mittleren Maustachstelle. Bis die rechts oben ist. Weißt du wie ich meine? Kann der die nicht schieben? Nein. Probier mal. Nach rechts oben auch nicht. Ah. Okay. Ich glaube du musst einfach nur die Blöcke dann nachfragen. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Passt. Nee, du musst nirgends. Pssst. Eigentlich kann ich so schwer. Okay. Was geht jetzt? Pssst. Bitte, ich bin immer besser. Straightforward problems can often require roundabout solutions. Also Probleme die vor unseren Augen liegen. Wir brauchen öfter Karusselllösung. Roundabout, ja. Karusselllösung. Frei übersetzt aber. Oh what the fuck. Was ist das? Oh guck mal. Die kennen wir doch aus Half-Life. Ich würde sagen, Kaplan ist das Half-Life. Ja. Oder nee. Warte mal. Wo war das? War es nicht Unreal Tournament? Deswegen? Vielleicht von der Unreal Engine? Genau. Die hören dich doch hin und her. Ah, das ist... Ah. Sind wir jetzt dann quasi in 8, oder? Ach, guck mal. Da oben. Ist ein... Wechsel gedöhnt. Komm mal da hin. Vielleicht. Wenn du hoch schaust. Wow. Jetzt. Was ist das? Was ist das? Attention to detail can lead to very rewarding outcomes. Ja gut. Dieses Detail haben wir ja relativ... Wow, was war das? Guck mal. Ist das die dunkle Materie? Was für eine dunkle Materie? Das ist ein schwarzer Klotz, der sich da durch das ging. Aber Anticampel könnte ja eigentlich passen zu dunkler Materie. Chamber. Ja, Chamber. Entschuldigung. Was ist das? Das macht auf jeden Fall ein übles Geräusch. Da geht es nach unten. Und nach oben. Ah, ok. Wie kann man jetzt da... Ja, wenn du runter springst. Weil in diesem Up waren wir ja noch nie drin. Oder? Das ist richtig eigentlich. Ah. Ich glaube du musst dich mit nach oben nehmen. Gut, dann nehme mir mit nach oben. Wenn du das unbedingt meinsch. Wo bin ich, wo bin ich real? Wie ich geb mit update. Warsch mich. Oh oh. Es geht. Läuft, läuft, es läuft. Hä? Okay, ich schätze, bild mal ein X. Das war blöd. Aber du kannst dich wieder hochkürfen. Jetzt bin ich wieder unten. Ah, Tobi, guck mal. Wo bist du jetzt rausgekommen? Der Teleport hat mich jetzt gleich wieder reingeschmissen. Und jetzt bin ich hier gelandet. Okay. Ab... Ach, an dem Auge. Dann verliere ich dich. Ich schätze das Auge. Ob ich ein Pfeil. Okay. Ah, neues Bild, neues Glück. No matter how high you climb, there is always more to achieve. Also egal wie hoch man klettert, es gibt immer etwas zu erreichen. Oh je. Oh je. Auf den Sack. Auf den Sack. Blablabla, Mr. Freeman. Ich glaube, du musst immer komplett... Oder so. Ja, genau so. Checks, hm? Schmeckst, wie ich denk, hm? Ich geb dir gleich. Ah. Danke, deshalb sogar ich gebürt, dass man es aufhören muss. Ja, ja, entschuldigung. Nein, 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 nein. Ich glaub, du musst nochmal aufhören. Fick dich. Ah, ist alles du. Schnauch! Was fällst du mir grad sagen? Mach's schneller. Mach's doch selber. So, wie du wechseln? Nein, ich sitze hier grad so bequem. Weich, das ist so, so... Was bringt dir das? Bei dem einen hat's grad auf... Ja, da kann ich's ja aufteilen, da kann ich die Dinger da rein stopfen. Ach so. Bei dem einen hat's grad auf funktioniert. Okay. Ja, das funktioniert. Wie das funktioniert. Pro-Gamer. Wollte ich mal sagen. Das sehe ich schon mal. Pro's in Berg. Ja, und jetzt? Ich bin zu blöd das Ding da oben rein zu bringen. Links, links, links. Stopp schon. Rechts. Rechts. Das Bild. There comes a time when you can work your way through anything. Also es kommt die Zeit, wo man durch alles arbeiten kann. Also wo man überall drauf guckt. So, was kann die... was kann die rote jetzt? Hold und hold. Also rechts und Mitte halten. Ah ja. Aha. Hold und hold. Ah, das kann quasi kopieren. The further we get, the less help me. Also je weiter wir kommen, desto weniger Hilfe benötigen wird. Oh. Schleicht. Rote Maust. Ähm. Rot. Ja, so wird's auch.